So, Aufnahme läuft wieder. Mahlzeit. Hä? Mahlzeit. Was Mahlzeit? Einfach Mahlzeit. Hallo. Grüße. Oh, kwie kwie kwie. Die scheiße Kölz. Wie lustig. Hat sich jemand gestoßen? Die Freundin hat sich gerade verbrannt. 21,8km. Reichweite. Das hat die Colorado so viel Reichweite. Weiß ich nicht. blechdose wie so ein kleiner vierter im stau gut dass hier sind also dafür ist ja noch weiter links wird bei dir durch die wohnung ja das ist ein mixer der arzt da sage ich am hofer lagalysion näher kann ich gleich schießen jetzt zu ja der Die Cleveland hat auch recht, hast du gesehen? Nee, hab grad woanders nicht geschaut. Guck mal rechts, die Cleveland. So komm, ich schieß mal auf den Nagato. Ah, da hab ich Gott sei Dank nicht so viel vorgehalten. Und ne Zitadelle. Ah, die hat vorne die Zitadelle, wird sie wissen. Ah, die Gacha ist raus, sehr gut. Wer gatscht hier rum? Die Gacha bei C ist raus. Au! Dreh mal ein bisschen wieder weg. Hm, alle sind nervig auch getroffen, somit konntest du nicht cappen. Ach, ist der Pott schwerfällig. Ja, so ein bisschen. Ja, ich mag ihn nicht. Ah, ich bin erst mal wieder zu. Ja, ich hab ja oberster Half-Life. Nee, Half-Life spielen wir nicht, wir spielen über den Vorschuss. Ach, die dritte so weg. Was ist denn? Ich hab ja auch geschafft, ich hab gedacht. Servus. Servus. Der Torpedo. Der Monki. Der Torpedo. Der Monki. Der Torpedo. Der Torpedo. Der Torpedo. Der Torpedo. Der Toredo. Der Torpedo. Der Torpedo. Ich hab ja auch alle gebildet. gemacht war die nagato schießt ihr auf mich und die türpitz wir haben uns gleich extra für dich ein schnuten bild ach du lieber gott weil du es letztlich gesagt hast dass das voll die schnutz macht aber das muss man hier den nagato beschießen die nervt mich ich hätte ja noch richtig beknackten kurs dieser weil da alles nebendran echt jetzt so quoten kill hast du jetzt meine angelutschte cleveland zerlegt richtig aber bleibt ihr im team dies raus die fahnen alle weg so musik hinterher haben das halbe sieben schon zerlegt und wir haben noch ja ich werde wahrscheinlich somit der erste seien der bleibt weg jetzt haben die für eine reichweite 6 entdeckt machst du dich fest nagato oder schade den gefallen tust du mir nicht komm das wird ja reichen für dich hier raus zu knallen weh du drehst jetzt ab ja das wird mein kill mein quoten kill mir bist du gibst du mir nicht und ich will nicht ich will nicht was mich dass mich ich habe noch ein feuer verursacht eine sekunde vorhin richtig schaden schweine da letzte runde so fertig also haben wir noch zeit für eine runde wie dann dauert das eine kleine runde ja dann nehmen wir doch mal ganz kleines so mal was aus ich weiß noch schon was ach so ja siehst du sag noch extra lad den anderen ein so da ist er die kaminkatze habe ich eigentlich schon gesagt willkommen in aufnahme willkommen die läuft schon die ganze zeit ach komm das habe ich ja auch selten gespielt kommt ich glaube die aufnahme ja ja das niveau es sinkt das hier das weiter ist ja breit sam marmel hat ja zweiterion marmel heißt marmor nein nein murmel murmel was heißt denn denn marmor marmor auf englisch marmor wahrscheinlich ist ich glaube ich muss gucken weiß ich jetzt nicht stimmt da hatten wir ja mal geguckt das war ja irgendwie murmelkopf ne ja murmelkopf flugzeugträger das ist zum kotzen ich bin der einzigste zerstörer na herrlichen dank bitte scheiße ja die reihe sogar noch ich brauche luftunterstützung ja hier blick dir keine ahnung was ich für eine anti-air habe mach ich hin ich glaube ich will erstmal b schnell oder scheiße die wandern ne ist doch kacke maman rb die schlacht verliegt ohne unterstützung an rb gut ich habe ja hier die allerbeste tarnung 5,4 rb das sind auch in einen sekunden schon fertig hehehehe geil das ding ist einfach nur geil a plus b so na cool a b anscheinend das laufen sieben kilometer die dinger ja genau sind da die schlacht ausfahrende die zwei flugzeugträger alter ja schiete so hart flugzeugträger kommt schon mit jägern zu mir sehr schön so ist geil ja gut fahr ich hier rein da wissen sie natürlich gleich wo ich bin ne als einziger zerstörer ich werde gleich wenn flieger kommen wir ihn auch mal starten kommen sie schon ja ich habe sie ja 88,2 topel Reichweite mhm also ich kann gar nicht so weit schießen wie ich halt schießen das ding hier echt jetzt 8,7 kilometer nur ich stelle mich mal in fluchtrichtung wieder noch kann ich einnehmen so ein zerstörer ist definitiv bei c einer ist bei a ich gehe mal gucken wo der ist wer ist denn da von euch kreuzer ich fahr mal mit richtung c ok ok das sind auch wieder soweit das problem ist nur die eigene macht mich kanonentechnik platt ne aber sowas von die hat nämlich gute geschütze schießt alle 4,8 sekunden nicht nur das die macht schaden wie ein sau ja es geht vom schaden her eigentlich also wenn sie ap schießt konnten sie locker ein kreuzer zerlegen das habe ich nämlich jeden gemerkt also flugzeuge so schick mal einen kurs an die trittschule dieser ah torpedos da kommen sie schon haben aufhört da ist die ögel ah die fährt um die insel rum kommt sie wieder zurück ich bin natürlich jetzt die ganze zeit offen hier einmal frei siehste alter die drückt mir verdrückt jetzt was sie mir schaden drückt hier mhm oh die nimmt dich aus ne vorsicht achso sonst ah da ist er das tut jetzt ein bisschen weh das war ich doch 8000 alter alter danke puh ich schulde ihnen was alter ja also he technisch macht die ganz böse schaden mhm mhm so nächste ziel omaha ich fahr mal weiter du kannst ja hier cappen ne ich wollte mir noch ja ich guck mal ob ich eventuell die flugzäckträger aufkomme bei omaha könnte ich eventuell ah die dreht schon wieder brauche ich nichts zu kompetieren fertig ich komm ah die brennt ah die brennt ah die brennt das war zu weit vorgehalten scheiße gut seanhorst ist raus torpedos laufen gut flieger flieger haben die torpedos aufgemacht wahrscheinlich jetzt sind die torpedos natürlich außer weichweite oder? ne ne neer duеч ne da trifft nochg nidsch 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 sehr schön jetzt kommen die torpedoflieger und bomber und alles zu weit und ja 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 für mich. Was ist dieser Kackträger? Wo fliegen denn? Ah, der fliegt doch hoch. Ich muss schon denken, wo der steht. Hui! Nicht getroffen, sehr gut. Der steht bestimmt hier hinter der Insel. Ich geh mal anklopfen. Danke. Ich bin der der Lang-Insel wahrscheinlich. Ob er jetzt keine Flieger hat. Ah, da kommen noch welche zurück. Dann geh ich nach der Luft auf. Ja, das war für mich. 2,8 geh ich aus der Luft auf. Ach, 970 plus, ich geh mich mal am Arsch. Das ist jetzt. So, die Anna Eigel nimmt sich jetzt auch nach Beschluss. Da ist er. Dann gibt er schon Gas. Das fährt, aber man sieht keinen Rauch. Vielleicht rudern sie. Kann sein. Nee, der steht. Sieht nur so aus, als wenn er fährt. Ja, der ist links von dir die Egel, ne? Ja, 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 ja. Ist 60 Kilometer weg. Ja, gut. Du sagst. Beide Träger hier, cool. Ich hab den Eitel getroffen, aber die wird nach 2400. du bist nicht offen das ist nicht offen das ist nicht offen das ist nicht offen Vielen Dank. Und dann nochmal die nachher und dann die auch gleichzeitig. Schön. Ein Träger weniger. Du bist jetzt stehen geblieben, Alter. Ja. Jetzt sehe ich natürlich nicht. Jetzt mit Sicherheit die Ecke gleich hier in der Ecke. Vermut ich mal hoch. Ich fahre mal hier hinten dran, mal gucken. Ja, da muss er noch parken. Ja, da kommt der Normandie durch Zugfahrer. Das ist doch schön für die Normandie. Sie hat nur 7 Kilometer Torps. Die Eitel ist glaube ich irgendwo vorne. Ja, die ist vorne, die Eitel. Ja, der flüchten tut der Asi. Komm her. Hau da nicht ab. Tut nicht weh. Wo ist er denn hin? 17.000 Aua, schwerer Schaden. Und jetzt kommt noch ein schwerer Schaden von der Normandie dazu wahrscheinlich. Ah jo, die geht bei 24.000, die ist klar. Wer denn? Die Normandie. Die hat richtig gutes Zeugs. Ja, die Franzosen haben eine schöne AP. Ja, der hat gerade, dass er mich jetzt aufmacht. Der Bastard. Was ist mit der Leo? Ist die hier eingeschlafen oder so? Na ja, der fährt die ganze Zeit, fährt sie da und du hast die Eitel noch. 6,5 Kilometer, gibt es gar wieder Gas. Aber wenn ich jetzt rausfahre, bin ich tot. Ah naja. Sterben musst du sowieso. Ja, da geht's mit Marlboro. Ja, das auch. Ich muss jetzt mal schießen hier. Sonst wird das hier heute nichts mehr. Ja, ich kann schon noch eine verpassen, aber ich glaube sie ja nicht. Ah, die treten schon weg. Ah, jetzt schießt die anderen auch noch auf mich. Ah, ich bin gleich da gut. Ja, ich bin da gut. Jetzt kann ich mir die Insel vorbekommen schießen. Ach, kein Schade, ist klar. Oh, jetzt bin ich auch. Tschüss. Egal, ich geh futtern, kannst mich aus der Division dann rausschmeißen. Alles klar, guten Hunger. Okay. Ich bin da gut. Ja. Na gut. Ab zum Hafen. Geiler Einstand. Das erste Glamotiv-Fluor. ich habe eben mit mit sascha fechte gemacht war sogar haben aber die haben wir gewonnen relativ simpel war schon fast langweilig das war geil aber jetzt auch erst mal bei ok ich habe eine erste große kurze ist